Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der astrologischen Meditation an der Astro-Reisen und heute beschäftigen wir uns mit dem Archetypus Skorpion und dem Prinzip Pluto. Der Skorpion bzw. Pluto ist ja viel besser als sein Ruf und es ist ein gutes Prinzip, mit dem man sich immer wieder beschäftigen sollte. Zum einen geht es beim Skorpion um Transformation. Es geht um Stirb oder Werde. Skorpion muss immer schauen, es wandelt sich was, es transformiert sich was, es fällt etwas weg und ist halt oft so eine Art Todeserlebnis. Und ist auf der anderen Seite auch die Fixierung, die Fixiertheit, also das fixe Festhalten an einer Vorstellung, ist auch der Skorpion. Wenn wir uns erinnern an die Waage, die wir beim letzten Mal gemacht haben, dann war das so der Flirt, die Begegnung, die Romanze und das achte Prinzip der Skorpion wäre dann so quasi das Ehehaus auch. Also da wird etwas fix, da wird etwas verbunden, da soll etwas auch bleiben. Also das steht auch mit dem Skorpion in der Verbindung. Pluto selber ist immer ein Schicksalsplanet, ist ein Generationsplanet, also der läuft sehr langsam durch ein Zeichen, deshalb prägt er eher so Generationen und das ist auch immer eine bewegte Geschichte. Und wenn du dich daran erinnerst, 2020 in der Konjunktion Pluto, Saturn, dann auch Jupiter im Steinbock, das war ja auch so der Auslöser dieser ganzen Covid-Geschichten. Und eben auch das Einläuten einer neuen Zeit. Und jetzt sind natürlich Jupiter und Saturn schon längst weitergewandert. Der Pluto hält sich noch etwas im Steinbock, wandert aber auch demnächst weiter in den Wassermann, was dann eine neue Zeit auch ein bisschen auslösen wird. Vom Prinzip her, wenn du dich mit Skorpion, Pluto beschäftigst, ist der gegenüberliegend vom Stier, vom Stierprinzip. Und der sagt dann auch schon mal aus, was ist Stier? Das ist die Erdung, das ist die Materie, das ist der Besitz. Und Pluto, Skorpion ist quasi die Vorstellung, das ist ein geistiges Zeichen. Wir sind ja seit der Waage in einem geistigen Quadranten. Das ist eine Vorstellung. Das ist etwas, was noch nicht erreicht ist. Und sobald es erreicht ist, interessiert es den Skorpion auch schon nicht mehr. Dann braucht er was Neues. Also er will jetzt nicht an etwas festhalten und sich auf den unter Anführungszeichen Lorbeeren ausruhen, sondern das ist immer das, was noch nicht da ist. Immer der nächste Schritt. Und da liegt dann auch schon ein bisschen so diese Beharrlichkeit vom Skorpion drinnen, vom Pluto drinnen. Der ist wahnsinnig auch hartnäckig. Der hält da fest an Dingen und wenn es ihm selbst das Leben kostet. Also der ist da ganz, ganz fixiert und ganz, ganz starr. Und wir alle haben den Pluto drinnen. Wir alle haben eine Fixierung drinnen. Wir alle haben eine gewisse Wunde drinnen, die in unserer Vorstellung ist. Und die kann eigentlich nur über das Tun, über die Marsenergie auch dann teilweise gelöst werden. Also schauen wir uns heute mal diesen Pluto an. Wir gehen in unsere Unterwelt. Wir gehen in unsere düsteren Sachen, in unsere Macht-On-Macht-Gefühle rein. Und wir werden dort einmal so Transformation reinbringen und eine gewisse Erlösung auch reinbringen. Denn der Pluto im Erlöstenprinzip ist ja auch, der ist dann weg von der Rachsucht, sondern der steht im Prinzip über einer Materie, hat einen Überblick, kann sich der Materie natürlich auch bedienen, ohne da etwas zu verurteilen. Das ist wie ein Phönix aus der Asche vom Bild her. Also in der niedrigsten Stufe ist ein Pluto-Skorpion, ist die Rache, ist die Rachsucht. Ich vergebe nicht, ich lasse nie los. Und in einer höheren Stufe, dann in der höchsten Stufe, ist es so der Phönix aus der Asche. Also der, der sich transformiert hat, das Prinzip, das Wesen, das sich transformiert und das wieder neu auferstehen kann. Und ich wünsche uns jetzt mal eine spannende Phönix-Meditation mit dem Prinzip Pluto. Schließ bitte mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. und erlaube dir jetzt mal ganz viel Mut, ganz viel Kraft einzuladen, damit du diese transformative Reise, diese tiefgehende Reise auch zu 100% genießen kannst, dass du da wirklich auch mitmachen kannst. Den Mut und die Klarheit und auch die Führung, dass alles, was jetzt aus deinem Leben gehen kann, in deinem System sterben kann, was dich blockiert, was dich hindert, was dir vielleicht auch Angst macht, dass das wegfallen kann und nur neue Ideen zurückbleiben, Prinzipien zurückbleiben, die dir entsprechen, die dir gut tun. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit einem Bild. Stell dir mal vor, du bist auf der Reise zum Hades. Das ist so in der griechischen Mythologie die Unterwelt. Und dieser Hades kannst du dir wie eine Höhle vorstellen, die immer tiefer in die Erde geht. Und da gibt es einen Fährmann. Und du kannst dir jetzt vorstellen, dass du auf diesem Weg immer tiefer, immer weiter weg von deinem Alltagsbewusstsein an diesen Grenzfluss, an diesen Stücks gehst und dort den Fährmann triffst. Den Chiron. Und du bittest ihn, dass du da jetzt diesen Fluss überqueren kannst. Und er wird dich fragen, warum willst du diesen Fluss überqueren? Und du sagst, alte Dinge sollen befreit werden. Altes will sterben. Und Neues will wiedergeboren werden. Und du spürst, dieser Fährmann nickt und erlaubt dir jetzt diesen Fluss zu überqueren. Du steigst in seine Fähre und wirst jetzt über den Stücks gebracht. Und am anderen Ende geht es noch mal leichter bergab und du spürst, dass du an die nächste Schwelle gerätst. Und diese Schwelle ist der Zerberus. Ist dieser Hund. Dieser Doppelköpfige. Und er will dich nicht einlassen. Und du kannst jetzt auch diesem Wächter, diesem Schwellenhüter sagen, ich bin auf dem Weg, damit Altes sterben kann, verbraucht es sterben kann, das ich mit mir trage und damit Neues Platz hat, um geboren zu werden. Und Zerberus tritt zur Seite und lässt dich weiter passieren. Und du spürst nun, dass du geführt wirst oder schon halb gezogen wirst. Denn du hast jetzt die Grenze zwischen Leben und Tod überschritten und du wirst jetzt schon halb geführt, weil du immer weiter und weiter und tiefer in die Entspannung kommst. Und du brauchst aber keine Sorge zu haben. Du wirst geführt. Und du spürst, während du mehr und mehr entleibt wirst, während du immer leichter wirst, dass dort auch deine Ängste, deine Triebe, alles, was dich einschränkt, von dir abfällt. Und was Einschränkendes sind Familienmuster, die du noch trägst. Es sind fixe Vorstellungen, die jetzt gehen können. Und du trittst jetzt vor Hades. Und dieser Hades ist nicht nur der Herrscher der Unterwelt, sondern auch Durchgang in etwas Neues, ist Durchgang in die Transformation. Und du sprichst noch mal, ich bin gekommen, um Altes gehen zu lassen, um zu sterben und wiedergeboren zu werden. Ich bin gekommen, damit alte Vorstellungen, die ich trage, Vorstellungen meiner Eltern, Vorstellungen, die nicht mehr in diese Zeit passen, damit diese Bilder, diese Vorstellungen sich lösen können, diese Fixiertheiten sich lösen können. Und ich bitte jetzt um deinen Segen und deine Erlaubnis, dass ich durch diese Transformation gehen kann. und du spürst, dass Hades eine transformative Flamme, ein transformatives Feuer entfacht. Es lodert Violett, Dunkelviolett und Hades spricht, du musst durch dieses Feuer gehen. Du musst in dieses Feuer gehen und du musst aus diesem Feuer wieder auferstehen. Dann kannst du Erlösung finden. Und du bittest jetzt deine Führung, dein Höheres Selbst, um die Gnade in dieses Feuer zu steigen, um die Kraft in dieses Feuer zu steigen. Und du spürst, du wirst zu diesem Feuer hingezogen, Du spürst, es ist gut und du spürst auch, du wirst keinerlei Schmerzen haben. Es wird nicht schlimm sein. Vertraue darauf, dass das Beste passiert. Und in dem Zustand, in dem schwebenden Zustand, wo du dich befindest, in dem du jetzt bist, spürst du schon, dass du im Prinzip schon in dieser violetten Flamme stehst. und dieses violette Feuer züngelt um dich herum durch dein Energiefeld. Es richtet dich auf, es fließt über deinen Rücken, es fließt in deine Wirbelsäule hinein und richtet dich auf. Es fließt durch deine Schultergelenke und entfernt alles, alte, alle Verspannungen und Schmerzen. Es fließt durch deine Beine, deine Fußgelenke, die Knie, das Becken und auch in die Hüfte, durch deine Geschlechtsorgane, die Verdauungsorgane, den Magen, Lungen, Herz, durch deine Sinne, deine Zähne, deine Augen, dein Nervensystem. Und du spürst, dass du beginnst, dich aufzulösen. Die Vorstellung von dir, die nicht mehr bestehen soll, vergeht. Und in diesem Augenblick, wo du merkst, du wirst weiter, freier, du bist entleibt, du bist ein weißes, strahlendes Licht, und die violette Flamme verzehrt die letzten Einschränkungen. Alles, was dich noch bindet, wird von dieser Flamme verzehrt und transformiert. und in diesem Zustand, diesem entleibten Zustand, lässt du nun deine Ahnen hinter dir, legst deine Identität ab, lässt deine Familie, deine Kinder hinter dir und nimmst Abschied von allem, was in dir gespeichert war. Und du spürst, dass in diesem Ende ein Neubeginn liegt. Und aus dem unendlichen Licht, das von dir übrig bleibt, das uneingeschränkte Licht, bildet sich jetzt eine neue Flamme, eine Lebensflamme, in goldorangen Kleid. Und diese Flamme breitet sich aus und du spürst die Erwachsen Flügel. Und du drehst deinen Kopf und du spürst, dass Hades nickt, du spürst, dass die Türen aus der Unterwelt sich öffnen und dass du nach oben in den Himmel fliegst. Aus der Dunkelheit, aus der Höhle hinauf strahlt dein orange-goldenes Licht immer prächtiger, immer weiter und du spürst, dass du aus der Erde hinauf steigst in einem Flammen kleid und du spürst, dass du Schwingen hast, du spürst, dass du aus den Flammen auferstehst und du spürst in diesem Lebenslicht, in diesem Lebens Funken, in diesem Phönix Gewand, verdichtest du dich zu einem neuen, freien Leben und dieser Phönix pflanzt sich in dein Nabelschakra hinein, aktiviert dein Wurzelschakra, deine sexuelle Identität, deine Erdung kommt zurück, aber in einem neuen, freieren, gereinigten Form und in dieser Form spürst du auch wie du tief einatmest und wie du erneut und wiedergeboren leichter und freier, gesünder und klarer mit neuen Zielen, neuem Fokus wieder wieder auf die Erde kommst du siehst den Kreislauf des Lebens vor dir das Ende den Anfang du siehst diesen ewigen Kreis und du bedankst dich für diesen wundervollen Kreislauf und du spürst du bist Teil dieses Kreises und du bist gut aufgehoben und du erlaubst dir jetzt in dieser neuen Form dein Herz wahrzunehmen und aus deinem Herzen Trauer alter Verbindungen zu lösen dein Herz soll in Flammen stehen und frei sein auch dein Herz soll zu einem Phönix werden und du spürst nun genauso wie sich in deinem Becken in deinem Nabelschakra dieser Phönix dieses Lebenslicht manifestiert hat aktiviert sich jetzt auch in deinem Brust in deinem Herz Bereich dieses brennende Licht dieses Lebenslicht das synchronisiert sich mit deinem Unterleib es richtet deine Wirbelsäule auf und durch diese Erfahrung öffnet sich auch dein drittes Auge und du spürst dass du mit alten Dingen abgeschlossen hast du atmest mal tief ein und wieder aus und du erlaubst dir jetzt mal dass sich dieses Licht in deinem Körper ausbreitet noch mal in alle Gelenke geht dieses reinigende Feuer Fuß Gelenke die Zehengelenke Knie Gelenke in deine Hüfte in deine Wirbelsäule in deine Schultern in die Ellenbogen in die Handgelenke deine Fingerspitzen bis hinauf zum Kiefer und zu deinen Schädelplatten und du spürst du bist frei und in dieser Freiheit formen sich neue Bilder die dich wiederum antreiben weiter im Leben zu gehen und weiter in diesem Kreislauf dich zu bewegen atme noch mal tief ein und wieder aus beweg dich mal durch streck dich mal durch schau mal wie es sich anfühlt und bedanke dich jetzt nochmal bei allen göttlichen Prinzipien die dich heute unterstützt haben und vor allem bei Pluto oder Hades und erlaube dir dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt in diese Zeit in diesen Raum zurück zu kommen fühl nochmal nach und schau mal wie es dir geht ja öffne mal deine Augen komm ganz ins Hier und Jetzt zurück und das war mal eine Reise würde ich sagen also ich bin gespannt auf deine Kommentare wie es dir dabei gegangen ist natürlich eine ganz spannende ganz intensive Reise gewesen wie man es von Pluto erwarten kann und nächstes Mal geht es dann weiter nach dem Pluto da wird es wieder ein bisschen leichter da kommt dann der Schütze der Jupiter und das ist dann nicht ganz so intensiv aber natürlich positiv und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch abonniere meinen Kanal und ja vielleicht schaust du ja mal wieder live vorbei oder buchst den Termin würde mich freuen liebe Grüße aus dem wunderschönen Linz dein Oliver bis bis nächstes mal bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020